Scholz ist die Verkörperung des Willens zur Ohnmacht. Und dann macht er irgendwie, ah, wir haben den tollsten Kanzler und Vizekanzler und Kanzler loben sich gegenseitig. Ich habe es gerade gesagt, ich fand es in Bärmlich, wissen Sie, es ist in Meseberg. Ich habe mir das Ganze nochmal angesehen, also die Pressekonferenz hinterher und ich war wirklich entsetzt. Das war eine Inszenierung, das war Staatstheater. Ja, mit diesem Intro herzlich willkommen zu diesem neuen Video, in dem wir auf Hendrik M. Bruder schauen, welcher sich dazu äußert, dass die Klausurtagungen unserer Bundesregierung unter anderem mit Habeck, Scholz und Lindner einfach nur ein Kasperle-Theater sind, einfach nur eine Inszenierung. Es gibt Streit in der Ampel, nach außen wird immer fröhliche Laune gemacht, mittlerweile auch nicht mehr, wie wir wissen. Und ja, er geht auch auf die Unfähigkeit von Scholz ein, der seinem Job einfach maßlos überfordert ist. Und wie wir wissen, da werde ich am Ende nochmal darauf eingehen, natürlich auch immer mal wieder ganz gerne zu der einen oder anderen Lüge bereit ist. Die Führung, da braucht man doch einen Bundeskanzler, der mal sagt, so machen wir es, die Deutschen sind in Sorge, aber warum tut er nichts? Ja, das ist eine gute Frage, vielleicht weil andere Sachen passieren. Sie haben bei der Aufzählung etwas ganz Wichtiges vergessen, wenn ich das ergänzen darf. Heute kommt die Verordnung zur Heizspar-Energiesparpaket. Heute, ich habe vorhin im Zimmer drüben die Temperatur gemessen, mit 21 Grad liegen sie über der Grenze. Wenn ich sie demnächst denunziere, naja, gut. Aber das müssen Sie vielleicht dann mit dem Vorstand klären. Das ist eine gute Idee, gut. Nein, Sie haben schon recht, es schlägt wahnsinnig viel gerade auf uns alle ein und ich könnte mir vorstellen, dass auch der Kanzler überfordert ist. Das ist ja am Ende auch nur ein Sozialdemokrat und dann noch ein Mensch und er ist zwar ein geübter Politiker, aber ich glaube, dass er gerade eine Schwächeperiode hat. Und diese Vorstellung in Meseberg, heißt das wirklich so? Schloss Meseberg. Schloss Meseberg. Ich habe mir das Ganze nochmal angesehen, also die Pressekonferenz hinterher und ich war wirklich entsetzt. Das war eine Inszenierung. Das war Staatstheater. Oder es war vielleicht etwas, ein Spätwerk von eines Italo-Westerns, so wie Spiel mir das Lied vom Tod. Sie können sich vielleicht noch an die Szene erinnern, wo die vier Cowboys oder was auch immer so über den Berg kommen. Und so kam es mir vor, dass unsere drei Spitzenpolitiker, Scholz, Lindner, nicht Lauterbach und Habeck da ins Bild kamen. Das war voll inszeniert und ich denke nicht, dass es eine gute Idee war, weil es war wirklich nur eine Show und das war auch zu spüren. Und die Stellungnahmen hinterher waren so von einer so erbärmlichen Flachheit. Sie spielten einfach Kindergeburtstag. Alles war prima, alles ist gut gelaufen und wir müssen uns keine Sorgen machen. Sie haben nur vergessen zu sagen, was sie eigentlich verhandelt und beschlossen haben. Und das war doch der Kern der Affäre. Das ist auf jeden Fall die Kritik der Opposition in Meseberg auf Schloss Meseberg. Es ist nicht so viel passiert. Wenn wir aber auf insgesamt die Politik aktuell schauen, vor allem von Olaf Scholz, dann sagen viele Kritiker, er ist zu zurückhaltend. Er agiert eben nicht genug. Aber man kann ja auch sagen, er ist nicht vorschnell. Er überdenkt wirklich, bevor wir dann am Ende noch schlechter darstellen. Ist das etwas, das Sie ihm abgewinnen können? Oder stehen Sie auch auf der Seite, Sie sagen, er zögert einfach viel zu lange? Nein, das mit dem Zögern ist ein albernes Argument. Ich meine, ein Politiker, der aus der Hüfte schießt, würde sich noch viel mehr Kritik einhandeln als einer, der zögert. Ich finde diese ruhige, bastunkule, hanseatische Art eigentlich ganz sympathisch. Vorausgesetzt, es kommt etwas dabei heraus. Und diesen Vorwurf kann man Scholz zurzeit nicht machen. Ich möchte einen Satz zitieren, wenn Sie mir gestatten, den er gestern bei der Pressekonferenz gesagt hat. Er sagte, bevor es mit dem Video weitergeht, Kurzwerbung in eigener Sache für den Anti-Grünenshop. Dort gibt es jetzt neue Artikel wie unter anderem die, wenn die Ampel ausfällt, gilt rechts vor links, Tasse. Europa ist, an der Stelle macht er drei Sekunden Pause, das ist eine Ewigkeit bei einer Live-Übertragung. Europa ist ein wichtiger Teil unserer Zukunft. Europa ist die Zukunft, die wir alle miteinander haben. Also das eine Binse zu nennen, wäre schon eine unglaubliche Komplimentleistung. Und ein Kanzler, der so redet, ich will nicht sagen, er hat das Vertrauen verspült, aber sehr glaubwürdig wirkt er nicht. In diesem Satz gibt es vier Verbkonstruktionen. Ein Verb führt zum anderen. Und das geht nicht gut, das kann nicht gut gehen. Leute merken eine Hilflosigkeit, eine Ratlosigkeit, die ein Kanzler nicht austeilen sollte, nicht ausstellen sollte, nicht zeigen sollte. Entschuldigung, ich habe mich jetzt in Scholz verrannt. Aber wenn Sie sich in Scholz verrannt haben, wie haben Sie denn dann gestern bei dieser Pressekonferenz das erlebt, dass Robert Habeck, das war ja schon fast flehendlich, wie er gesagt hat, ach wir arbeiten so toll zusammen. Und der Kanzler, ja, ich habe einen sehr guten Draht zu ihm. Und ich meine, Habeck hat wirklich eine Menge. Und Sie haben es vorhin gesagt, Politiker sollten nicht aus der Hüfte schießen. Habeck hat mit der Gasumlage aus der Hüfte geschossen und hat ein Fiasko erlebt. Und jetzt stellt er sich da hin und dann macht er irgendwie, ah, wir haben den tollsten Kanzler. Und Vizekanzler und Kanzler loben sich gegenseitig. Ich habe es gerade gesagt, ich fand es erbärmlich. Wissen Sie, so eine Szene gab es immer, wenn der Chef der bulgarischen KP Rumänien besuchte. Und dann gab es ein Kommuniqué, in dem von einer einvernehmlichen, freundlichen, konstruktiven Atmosphäre zwischen den beiden war. Und die beiden, Scholz und Habeck, sind eigentlich politische Konkurrenten. Sie treten ja auch gegeneinander an. Und Herr Habeck hat sich da wirklich zum Bettvorleger selbst gemacht, nicht mal machen lassen. Gestatten Sie mir vielleicht einen Satz noch von Scholz zu zitieren, weil ich mich vorhin vertan habe. Das ist der Satz mit den vier Verbalkonstruktionen und nicht der andere. Er wurde gefragt, was eigentlich los war auf Meseberg und antwortete mit folgenden Worten. Wir haben begonnen, all das auf den Weg zu bringen, was uns in die Lage versetzt, durch diesen Winter zu kommen. Großartige Leistung. Bei uns in der Schule ist das früher, die Basis ist die Grundlage des Fundaments. Und das ist genau der Inhalt des Satzes. Und wenn etwas rund erscheint, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß. Das wird zu der Einsicht kommen, dass es eine Kugel ist. Auch das könnte von Scholz sein. Ich bedauere das sehr, weil ich halte ihn für einen wirklich klugen Menschen, der irgendwo im Laufe seiner Karriere ein paar Emotionen abgegeben hat und vergessen, sie wiederzuholen. Aber alles, was er ausstrahlt, ist eben nicht der Wille zur Macht, den wir den Politikern immer vorwerfen und unterstellen. Ja, also ich glaube, es gab in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland nie einen Kanzler, der weniger Respekt gegenüber den Bürgern hatte wie unser sogenannter Respektkanzler Olaf Scholz. Es ist ja schon der Wahnsinn, dass er im Wahlkampf ein Respektkanzler geworben hat. Ja, wenn man jetzt mal sieht, wie er mit den Bürgern umgeht, er verlachte einfach jemanden, der seine Nöte äußert, dass er einen Gasofen hat. In der aktuellen Situation oder in der damaligen Situation waren ja Gas knapp und das extrem teuer. Und darüber lacht er sich in aller Öffentlichkeit kaputt. Oder auch er berichtet lachend darüber, dass ihn eine junge Dame über die Sicherheit der Renten gefragt hat. Und er erst mal, ja, da musste ich erst mal schlucken, bevor ich antworten konnte. So, da sieht man halt, er hat auch gar keinen Plan, gar keinen langfristigen Plan. Das fehlt ja ganz vielen Politikern heutzutage. Die haben alle keinen Plan, die denken in zwei, drei Jahren Zyklen, ja, also bis zur nächsten Wahl. Und dann kommen wieder irgendwelche politischen Maßnahmen, die die Symptome der schändlichen Politik bekämpfen, aber nicht die Ursachen wirklich angehen, ja. Bestes Beispiel ist ja auch Olaf Scholz, dass er zum Beispiel gegen eine Aktienrente ist, ja. Norwegen ist ein super Beispiel, die machen alles richtig, ja. Ein Kapitaldeckungsverfahren ist das, was wir brauchen bei uns im demografischen Wandel. Aber Herr Scholz möchte so etwas nicht verstehen und gibt dann so eine Antwort von wegen, wir haben ja kein Öl. Ja, schön. Trotzdem können wir das irgendwie finanzieren. Wir machen für jeden Bums, machen wir Schulden. Wir schicken jedes Jahr 32 Milliarden ins Ausland, Herr Scholz. Da wird doch wohl mal Geld sein, das man zurücklegen kann für ein Kapitaldeckungsverfahren, damit unsere Renten sicher sind und wir nicht jedes Jahr wieder 100 Milliarden an Steuergeldern für die Rente ausgeben müssen. Also ich verstehe den Herr Scholz wirklich nicht. Dieser kleine Zwerg, der mit seinem hässlichen Grinsen daherkommt und was er schon in seiner Vergangenheit, muss man ja auch mal beachten, alles am Dreck am Stecken hat, ja. Das geht schon bis zurück in seine Zeit, wo er Bürgermeister in Hamburg war. Ja, also bitte, bitte tut mir den Gefallen und gebt der SPD, falls ihr diese gewählt habt, bei der nächsten Wahl so eine richtige, richtige Abreitung. In dem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und ciao.